Beppi der Clown, was ein Arschloch. Ich glaube, das war bis jetzt der härteste Boss. Und jetzt wollen wir wieder sprinten und ballern. Genau, diesmal kein Boss. Ich kann mir das nur arschig vorstellen. Aber wo die Woodpecker, hat mich immer noch meist fertig gemacht. Bestimmt. Ah, okay. Er leckt mich am Sackl. Was ist das? Oh, der schießt. Oh, okay. Vielleicht sollten wir die nicht platt machen. Tod. Ja. Weil wenn die kaputt gehen... Wie lachhaft Clowns bewerben sich doch erst nächste Woche. Beppi gekillt, bitch. So, diesmal hier Magier-Wichser. Fuck you. Alter, was ist denn, wenn wir... Achso, der bewegt sich mit dir jetzt. Okay. Wenn wir nicht auf die Ballon... Ausweichen. Ausweichen ist gut bei denen. Zack. Zack. Nein! Nein! Oh! Okay, Männer. Oh, oh, oh. Boah, das ist ja auch fiesig, wenn... ... ein Teil vom Level von der Umgebung verdeckt ist. Was ist das? Daraus schießen wir? Oh, das ist gemein. Okay. Oh! Okay. Okay. Also, Ballons nicht schießen, sondern ausweichen. Damit sie nicht in den Luft fliegen. Oh, das schießt ganz schnell. Unten. Okay. Äh! Scheiße. Okay. Oh, doch. Ich hab grad Schaden bekommen. Oh, pass auf. Ball. Da unten ist noch ein Ball. Äh, das klingt wie... Mario-Mucke. Okay. Genau. Fuck. Nein! Warte. Ups, wieder... Oh, ich hab vergessen, dass der Ball das Ding wegkickt. Okay, okay. Okay. Scheiße. Ah, ich hab' mir direkt mit dem Autoschuss weggeballert haben. Okay, jetzt gucken wir die... Ey, das ist wie Mario-Mucke. Oh, nein! Oh! Fieslich! Ich bin so ein Geier. Oh, guck mal! Okay. Oh, die werden schneller, wenn man den... Was bist du? Oh, fuck, wie lang ist das Level? Ja! Ich mein, ich find's ganz geil. Oh! Was ist das? Oh! Ich rock das! Ich hoffe, da kommt kein Mini-Boss noch. So, Remoulade, Senf und Ketchup. Ah, Gürkchen. Oh! 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 Darauf erst mal ein Schluckstiebier. Äh, ich bin... Oh, genau. Zwei Minuten. Schön. Keimer pariert. C+. Geschafft ist geschafft. Wie stolz man drauf ist, wenn man so Level schafft. Ich bin mal gespannt, was denn jetzt so groß ist. So, also... Ach, guck mal, da drüben ist ein Shop. Ah, wir haben auch wieder acht Münzen. Da könnten wir ja mal eben... Achso, wir hätten auch von da unten in den Shop gehen können, wir Idioten. Ne, von unten haben wir ja die Tür freigeschaltet da hin. So, die Schwarte. Ich würde ja gerne mal den Kreisel... Ich hab jetzt den Kreisel gekauft, jetzt hab ich da auch links nix mehr. Ich könnte jetzt... Oh, guck mal. Na, den danach kommt der Kreisel. Den hab ich jetzt... Obwohl, hast du den bei... Ach, Doppelherz. Zusehbar auf Kosten. Er geht dann auch doppelt die Angriffe runter? Der Angriff runter, oder? Wenn's mehr runter geht, wär's kacke. Wenn's genauso viel runter geht wie das Erste, wär's vielleicht sogar ganz cool. Zwei Herzen mehr ist schon nett. Das Problem ist, ich bin eigentlich zufrieden mit meiner Schusskombination. Also, ich brauch jetzt nicht unbedingt einen anderen Schuss zum Umprobieren. Waren wir hier schon? Warte mal, war hier oben nicht? Guck mal, hier ist noch Mausoleum. Ihr habt also mit Quadratus gesprochen, dem Wasserwesen auf dieser Insel. Das können nur wenige von sich behaupten. Oh, okay, das war's. Sollen wir das Mausoleum mitnehmen? Wenn es wieder nur Geister sind, dann... Ja, klar, das stimmt schon. Mal wieder ich rechts, zu links. Ja, das stimmt. Oh, der kann jetzt auch flotten. Ja, aber ob die Axt bei Geister überhaupt... Das stimmt. Für sowas könnte man auch mehr Trefferpunkte nehmen. Oh, der ist ja fieslich. Oh, warte, den krieg ich. Oh, der kommt hier so ein Kreiseficker. Irgendwie schlechter Porn. Ha, haben wir ihn. Pass auf, noch. Okay. Kreisler. Oh, nein! Schöne Runde. Du darfst. Nett, nett. Mal gucken, was das ist. Die erste ist ja eigentlich schon ganz nett. Hallo. Du hast ihn natürlich super freigeschaltet. Super-Kurs-Unverwundbarkeit. Du durchsquares die Astral-Ebene, um kurz unverwundbar zu werden. Nööö, da mach ich lieber Damage. Ich würde sagen, als nächstes hätten wir hier noch... Ja, ich gehe mal davon aus. Vogel. Zacharias-Switcher in Flug-Action. Oh, das ist ja Tims Meister. Ja. Ja. Okay, das ist ein Kuckuck. Das ist super, ne? Du Ei. Okay, einfach an der Wand bleiben. Oh, guck mal, die haben keine. Ich bin dumm. Was passiert? Ah, okay. Ah, hab dich. Ah, das ist schwer, dann mit zwei drauf zu achten, wo man gerade ist. Oh, jetzt sehe ich mich. Okay. Fuck. Ah, schau. Ich nehme mich. Ach, du Scheiße. Oh. Oh, Gott. Ist das fieslich. Nein. Ah, ich hätte parieren können. Mein Vater hat Muckis, ich habe Köpfchen an... Ach, das war der Sohn. Okay, klar, macht Sinn. Macht Sinn. Aber war auch ganz schlecht für den First Try. alright. Ciao. Nein. ery Daniel... ... ... Dann werde ich aber auch besser mit dem Fliegen Okay Noch ist alles offen Ich glaube das sind noch die Scheiße, da kriege ich leider nicht mehr Okay Jetzt kommt Söhnchen wieder Fuck you Hier finde ich mich richtig kacke Ah, scheiße Scheiße, wenn ich so nass und schieße Okay Oh, okay Ah, du kacke Warte mal Ah, scheiße Alter Shit, 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 shit Shit Nein Oh 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 Oh, ist das ärgerlich Dabei kam ich so schnell auf die Idee mit der Bombe Da muss ich mich selber gerade für loben Okay, jetzt kommt Federn Ich glaube es ist ganz nett, wenn wir nicht auf einem Hauf Einer unten, einer oben oder so Okay Okay Oh, die Phase Ich will meine Bombe für die letzte Phase halten Die finde ich viel schlimmer Oh Oh Alter Die Eier fangen auch ein paar Schüsse ab Das ist fiesig Jetzt habe ich gerade verkehrt geguckt Komm schon Komm schon, du gehst jetzt kaputt Ja So Jetzt kommt die letzte Bombe Ich hole mal die Bombe da rein Oh, pass auf Diese Kapsel teilt sich Nein Ich treffe den glaube ich sogar Der schießt Okay Nein Was hat mich jetzt getroffen Ich war zu nah dran Ah Da muss ich mich jetzt gerade selbst loben Außer am Ende Kein Damage bekommen Schönes Ding Zu lange gebraucht 15 Minuten 16 Minuten Ja Kommt drauf an Wie lange wir für Scheiß Level brauchen Ne Ah, jetzt kommt die Brücke da rüber Wo wir eh schon waren Zacharias Switzer Jetzt die Frage Machen wir noch eins oder Wo werden wir die Folge Was werden als nächstes Da Können wir denen eigentlich sagen Dass wir einen verlorenen Bruder Da oben gefunden haben Nö Hier wäre ein normales Level Hier würde es weitergehen Und hier wäre Das hier Also haben wir noch zwei Und dann geht es ins nächste Gebiet Ne Okay, komm Hat es im Gruselkabinett Klingt nicht nett Wenn ich diesen Turm mit diesem Drachenschwanz drumherum sehe Dann ist es bestimmt schon ein scheiß Fliegelevel Nervlich? Ja, doch, ich denke schon Oder wo man den Turm irgendwie so hoch runterläuft Jetzt gucken wir mal, wie häufig das Das gefällt mir nicht Ach, du Scheiße Okay Aber es zählt nur für dich Okay Also ich zieg mal durch Okay, runter Durch Nein Achso, warte Ah, okay Jetzt kommt hier oben wieder eine Ente Durch Ich hätte trotzdem die ganze Zeit schießen gedrückt, ne? Äh Warte Ah, macht Zielsuche Das Auge ist das Ziel Was? Wow Wow, kann man in die Knutscher zacken Fuck Ah, die Tür ist durch Okay Oh, was ist das? Oh Ah, nein Ich glaube nicht Ah Nee, ich glaube nicht Oh Oh Jetzt kommt unten Scheiße Jetzt mache ich Okay, jetzt muss ich nach oben Oh, nein, ich bin in die andere reingelaufen Wir sind nicht zum Spielen aufgelegt, verschwinde Okay Unten Ente Und durch Und nach oben Ente, durch Oh, ich bin so doof Und runter Ente und durch Und hier Achso, okay, Zielschuss Oh, pass auf, scheiße Die Autos kommen trotzdem Warte, dann runter jetzt Okay Oh, Kanonkugel So, unten Durch Achtung, seitlich Unten Und durch Oh, seitlich Unten Und durch Ah, die lassen sich von oben runterfallen Okay Und jetzt nach oben Komm schon Nein, nein, du bist im Boden Ach du Scheiße Nein, du bist hier And, ja Wo Okay Okay Nein Nein Oh Okay Okay, Ente unten Und hoch Ente oben und runter. Und unten. Scheiße, wir müssen hoch. Hoch. Herzchen. Äh, Herzchen. Runter. Okay. Ah, Kanone seitlich, Kanone unten und durch. Ah, seitlich, unten und durch. Seitlich, unten und durch. Jetzt nach oben. Seitlich. Ah, da krieg ich nicht mehr. Bleizt durch die Decke. Okay. Boah, die Kanone. Ach ne, scheiße. Okay, da bin ich hier. Nee, da bin ich runter. Scheiße. Nein. Träuch ich nicht mehr. Ach, die Asi-Taktik ist mir egal. Äh. Äh. Okay. Oh Gott, nicht so ein Ding schon wieder. Wo kommt das Tröt-Tröt-Auto? Oh, hier. ist genau schnell. Kann ich jetzt unten durch? Oben durch? Äh. Ja. Ja, gut. Wenn wir, wir brauchen eine längere Folge. Wenn wir die Sohn спасибо für die Folge. abbrechen und in der links in den Boss. Okay. Aber warte, als Ankündige noch. Dann sind wir mit der zweiten Insel durch, wenn wir den Boss haben. Krass. Läuft bei uns. Kann man irgendwo sehen? Warte mal, ich glaube. Nee. Hier Liste. Welt 2, Welt 3, Finale. Der letzte heißt Grimmzündelholz. Zündholz in feurige Reise. Damit sehen wir uns bei der nächsten Folge.